Es wird geschoben, geschrubbt und geschubst im Reich der Mitte. Seit der Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 nach Peking forcieren die Chinesen die Entwicklung im Curling. Vom Amateur zum Profisport. Curling ist hier in China wie ein Gesellschaftsspiel. Es testet deine Fähigkeit zu denken und ruhig zu bleiben. Und du kannst den Stein wie ein Gentleman auf den Weg bringen. Das Gesellschaftsspiel Curling. Für die Chinesen noch ein vergleichsweise junger Sport. Erst seit 2001 gibt es ein professionelles Team. Seitdem geht es jedoch im Eiltempo aufwärts. 2009 gewannen die Frauen erstmals WM-Gold. Weltmeister-Skip Liu Jinli erinnert sich noch an ihre Anfänge im Curling. Wir mussten unsere Schuhe selber herstellen. In den härtesten Zeiten haben wir einfach Plastiktüten über die Schuhe gezogen, bevor wir aufs Eis gegangen sind. Seit diesem Jahr heißt das neue Ziel Olympia 2022. Der chinesische Staat sieht Curling als große Medaillenchance für die Spiele im eigenen Land und unterstützt besonders die Jugend entsprechend. Der Großteil des Geldes für Curling kommt vom Staat. Egal ob Geld fürs Training, für den Wettkampf, für Trainer oder Spieler. Der Staat garantiert die Finanzierung. Der Vorteil, die chinesischen Curler können ganzjährig trainieren. Bis zu sechs Stunden täglich verbringen die jungen Athleten auf dem Eis. Hinzu kommt im Sommer ein spezielles Krafttraining. Das Ziel des ambitionierten Nachwuchsprogramms ist klar. Olympiasieger für die Winterspiele 2022 formen.